Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein, nein, das ist gut. Er ist erst seit ein paar Tagen hier und lässt niemanden an sich ran. Was ist dein Geheimnis? Womöglich ist es ja so, dass er mich einfach gern hat. Hey! Oh, unglaublich. Niemand hat ihm beigebracht, das zu tun. Ich, ich weiß nicht, Cleo. Ich könnte sofort anfangen. Bitte. Gib mir doch ganz einfach eine Chance. Okay, wie du ja bereits weißt, verstehen Ronnie und die anderen Delfine über 60 Handzeichen. Denk immer daran, dass die Zeichen nur wirksam sein können, wenn sie klar und deutlich sind. Pass auf. Tja, klar und deutlich. Was hast du vor? Oh, weißt du, ich übe nur ein wenig mit Ronnie. Hey, nicht schlecht. Wow, das hast du ihm schon beigebracht? Du bist ja fix. Nur weiter so. Du bist ein Naturtalent. Aber das war nicht mein Werk. Bitte, Ronnie, bitte tu das für mich. Ich bin gespannt. Was sagst du, Ronnie? Dir ist das etwas peinlich? Ich bin gespannt. Danke. 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 Danke.